Okay, könnt. Sag doch, so läuft's. Die Jungs. Ja, es wäre aber mit 2 Golden Gun gelaufen, nur... Nur halt eben nicht. Ja, weil er... Das Ding war nur, weil Pascal Karne Shotgun drin hatte. Das war das Problem. Da hat sich so... Fit Seed Damage gefehlt. Ist nicht schlimm. Wenn du es wieder bekommst... Halt das Maul. Halt das Maul. Du hast es nicht nochmal bekommen. Hör auf. Halt dein Maul.